Wir empfehlen das Expertenangebot der Woche. Wie den 40 Zoll HDTV von Samsung für nur 444 Euro mit Ultra HD 4K und das Huawei P Smart für nur 179 Euro. Den Fitbit Fitness Tracker für nur 99 Euro und den HP 3-in-1 Drucker für nur 44 Euro. Expert mit den besten Empfehlungen.